Emotionen überfluten dich. Lachen und Tränen, Freude und Trauer vermischen sich alle in einer unbeschreiblichen Symphonie, die tief in deiner Seele wiederholt. Du lachst, weil du endlich die Absurdität all deiner vergangenen Sorgen und Ängste siehst und erkennst, wie unbedeutend sie im Großen und Ganzen des Daseins sind. Du weinst, weil du die tiefsten menschlichen Leiden berührst und die tiefe Schönheit jenseits davon erkennst. Diese Tränen entspringen nicht der Traurigkeit, sondern einer tiefen Befreiung, einer Reinigung deiner Seele, die den angesammelten Schmerz wegwächt und ein Gefühl der Erneuerung bringt. Die Erfahrung ist eine kathartische Mischung aus gegensätzlichen Emotionen, die einander auf harmonische Weise verstärken, in einem Gleichgewicht, das Worte kaum beschreiben können. Das ist es, wie sich spirituelles Erwachen anfühlt. Es ist nicht nur eine flüchtige Empfindung, sondern eine tiefe und bleibende Offenbarung. Ein Moment, in dem der Schleier der Illusionen vollständig gehoben wird und du die Welt mit der Klarheit eines neugeborenen Blickes wahrnimmst, völlig unberührt von den Narben und Lasten vergangener Erfahrungen. In diesem Zustand bist du in einem außergewöhnlichen Gefühl von Präsenz eingetaucht, wo jeder Moment lebendig ist. Jedes Detail ist scharf und alles um dich herum fühlt sich miteinander verbunden und lebendig an, erfüllt von Bedeutung. Stell dir eine Stille vor, einen grenzenlosen Frieden, der jegliches Verständnis übersteigt und über dich hinwegwächt wie die sanfteste und fürsorglichste Umarmung, die du je gespürt hast. In diesem erhabenen Zustand nimmst du alles in seiner wahren Form wahr, perfekt vernetzt und erfüllt von einer tiefen göttlichen Essenz. Farben erscheinen lebendiger und strahlender, Klänge resonieren harmonischer und selbst die Luft fühlt sich lebendig an, mit einer unsichtbaren Lebendigkeit und Energie. Es ist, als ob das Gewebe der Realität auf kunstvolle Weise neu geschrieben wurde, um ihre tiefsten, heiligsten Wahrheiten zu enthüllen. Du verstehst mit einer Gewissheit, die Worte übersteigt, dass du nicht getrennt von deiner Umgebung bist, sondern vielmehr ein integraler Bestandteil von ihr. Dieses tiefe Gefühl der Einheit bringt eine überwältigende Liebe und Mitgefühl hervor, nicht nur für andere, sondern auch für dich selbst. Diese Erkenntnis fördert ein tiefes Mitgefühl der Verbundenheit und Empathie bereichert deine Lebenserfahrung mit einer neuen Tiefe und Bedeutung. Das Ego, diese beharrliche Stimme, die Angstwiderhalt und ein Gefühl der Trennung fördert, kämpft jetzt intensiv darum, diesen erhöhten Seinszustand zu begreifen. Es kann vehement widerstehen und Wellen von Zweifeln und Ängsten auswerfen, um dich zurück in die vertrauten Denk- und Verhaltensmuster zu ziehen. Das Ego fühlt sich bedroht durch die Auflösung von Grenzen, die Erleuchtung unweigerlich mit sich bringt. Das liegt daran, dass das Ego auf Unterscheidung aus ist, auf dem Aufrechterhalten der Illusion von Kontrolle und Trennung. Doch die Erleuchtung enthüllt die wahre illusorische Natur des Egos und zeigt es als nichts weiter, als ein Konstrukt des Geistes ohne wirkliche Substanz. Aus der Perspektive des gewöhnlichen Lebens kann Erleuchtung sich völlig fremd anfühlen und vollkommen fehl am Platz sein. Es ist, als ob du in eine völlig neue Dimension eingetreten bist. Eine Dimension, die der alltäglichen Logik und dem konventionellen Denken trotzt, das den täglichen Existenzkampf bestimmt. Das gewöhnliche Leben wird typischerweise vom Streben nach Zielen, Erfolgen und äußeren Bestätigungen angetrieben, ständig auf der Suche nach Anerkennung und Erfolg. Erwachen hingegen offenbart eine tiefgreifende Wahrheit. Der wahre Schatz liegt im Inneren, in der einfachen, ewigen Präsenz des Seins. Sie zeigt, dass die größte Erfüllung daraus entsteht, den gegenwärtigen Moment zu umarmen und unsere intrinsische Verbindung zu allem, was uns umgibt, zu verstehen. Warum strebst du eigentlich nach Erleuchtung? Weil in jedem Herzen ein tiefes und beständiges Verlangen nach Wahrheit liegt. Ein Wunsch, zu unseren reinsten und authentischsten Selbst zurückzukehren. Erwachen ist die tiefgründige Antwort auf diesen Ruf. Sie ist die spirituelle Heimkehr, die Realisierung unseres tiefsten Verlangens nach Verbindung, Frieden und ultimativer Freiheit. Sie wird verehrt und geschätzt, weil sie die Erfüllung unseres höchsten Potenzials darstellt und die vollständige Verwirklichung unserer innersten Wünsche und Bestrebungen ist. Erleuchtung ist der Zustand, in dem wir ganz werden und sie verkörpert den göttlichen Zweck in uns. Und dennoch ist es äußerst herausfordernd, diesen Zustand der Erleuchtung zu erreichen, denn es erfordert das Aufgeben all dessen, was wir zu wissen glauben. Das Ego findet diese inhärente Einfachheit zutiefst verwirrend. Erleuchtung ist nicht etwas Komplexes oder Großartiges, vielmehr ist sie zutiefst einfach. Sie ist das Wesen des reinen Seins, vollständig im gegenwärtigen Moment existierend, ohne jegliche Anhaftung oder Abneigung. Diese Einfachheit kann jedoch unglaublich schwer fassbar erscheinen, fast schon zu subtil für einen Geist, der so sehr an ständige Komplexität und ausgeklügeltes Denken gewöhnt ist. Das Verlangen des Ego nach Kontrolle und Verständnis macht es zu einer bedeutenden Herausforderung, diese Einfachheit anzunehmen. Doch sobald du diesen transzendenten Zustand einmal erblickt hast, bleibt die Erinnerung daran, wie ein süßer Nachhall in dir zurück, ein anhaltender Ruf, der dich zurückruft. Deine Sehnsucht nach diesem Zustand liegt darin, dass er die wahrste und reinste Ausdrucksform deines Seins repräsentiert, die Essenz dessen, wer du auf tiefster Ebene bist. Die Rückkehr zu diesem Zustand nach der ersten Erfahrung ist herausfordernder, da der Geist dazu neigt, zu greifen und festzuhalten, indem er versucht, die genauen Bedingungen jenes ersten Momentes der Erleuchtung wiederherzustellen. Jedoch ist Erleuchtung ein zarter und natürlicher Prozess, der nicht erzwungen oder hergestellt werden kann. Sie muss natürlich zu ihrer eigenen Zeit und unter ihren eigenen Bedingungen entstehen dürfen. Aber wie lebt man nach der ersten Berührung mit dem Erwachen? Wie interagiert und verhält man sich gegenüber Familie, Freunden, die deinen Weg vielleicht nicht verstehen? Du bist auf eine Weise mit der Symphonie des Lebens verbunden, wie du es zuvor noch niemals warst. Du siehst Verbindungen, wo andere Trennung sehen. Du fühlst Liebe, wo andere Gleichgültigkeit, ja sogar Feindseligkeit empfinden könnten. Wenn du aus der Erleuchtung zurückkehrst und die Weisheit in deinem Herzen trägst, findest du dich unter denen wieder, die nicht denselben Weg gegangen sind. Sie sehen die Welt durch die Augen alltäglicher Sorgen und die Filter ihrer eigenen Erfahrungen. Sie mögen deine innere Ruhe nicht verstehen, die Liebe, die von dir ausgeht oder das Schweigen, das lauter spricht als Worte. Und das ist in Ordnung. Deine Erleuchtung stellt dich nicht über sie, sondern vertieft vielmehr dein Mitgefühl für ihre Reise. Du verstehst, dass jeder seinen eigenen Weg geht und in seinem eigenen Tempo voranschreitet. Der Schlüssel liegt darin, nicht zu urteilen oder dein Verständnis ihnen aufzuzwingen, sondern ein Leuchtfeuer des Lichts zu sein. Ein lebendiges Beispiel für den Frieden und die Freude, die Erleuchtung bringt. Wenn du mit deiner Familie und Freunden interagierst, dann lass deine Präsenz ein Zeugnis für deine Transformation sein, sprich weniger, aber mit mehr Weisheit. Höre mehr mit tieferem Mitgefühl und lass deine Handlungen von der Liebe und dem Mitgefühl geleitet sein, das die Erleuchtung in dir geweckt hat. In Momenten von Frustration oder Verletzung, kehre zu jenem stillen Wald in dir zurück und verbinde dich mit einer inneren, spirituellen Weisheit. Deine Freunde und Familie mögen es vielleicht noch nicht ganz verstehen, aber sie sind Teil deiner Reise und helfen dir dabei, dein Mitgefühl und deine Geduld zu vertiefen. Dein ruhiges und liebevolles Wesen kann die Kluft zwischen verschiedenen Verständnisebenen überbrücken. Und denk daran, wahre Erleuchtung geht nicht darum, andere zu ändern, sondern darum, dich selbst zu verändern. Und indem du die Prinzipien deines spirituellen Erwachens verkörperst, schaffst du einen Welleneffekt. Dein Frieden wird zum Zufluchtsort für andere. Deine Liebe wird zum heilenden Balsam. Und mit der Zeit werden sie vielleicht Veränderungen an dir bemerken und neugierig auf die Quelle deiner Ruhe werden. Und letztendlich lehrt dich die Erleuchtung, dass jede Interaktion eine Gelegenheit ist, Liebe, Geduld und Verständnis zu üben. Bedenke, die Reise selbst ist heilig und von immensem Wert. Spirituelles Erwachen bedeutet nicht, einen Preis zu gewinnen oder ein Ziel, durch äußere Mittel zu erreichen. Vielmehr ist es ein tiefgreifendes und natürliches Entfalten deines wahren Selbst. Ein sanftes Erwachen zu deiner wahren Essenz. Danke fürs Lauschen, du göttliches Wesen. Und mögest du dich immer an die Wahrheit darüber erinnern, wer du bist. Und mögest du immer im Licht deiner göttlichen Natur leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017